Oh, ein Teufelchen. Ich mag die Latte. Ich würde so einen Gastanke auch gerne mal mitnehmen. Oh, es gibt wieder Donuts. Ich glaube, dass wir einen Donuts vergiften ist das Sinnvollste, was wir hier machen können. Sie hat Schlüssel 7478, was hierhin führt. Hier, Ma'am. Da sind Donuts. Gönnen sie dir. Pamela. Pamela Brown. Die mag anscheinend keine Donuts. Oh. Da sind Donuts. Nimm sie. Das ist ein Geschenk. Hey. Ich glaube, die teilen sich jetzt die Donuts. Ausgerechnet eher. Nichts, nichts. Habe ich nochmal Donuts? Ich habe Kippen. Können die auch? Nehmen unwiderstehlich. Das ist eine ungesunde Angewohnheit und manchmal tödlich. Trotzdem zieht es manche magisch an. Nimm die Kippen. Äh, Kippen. Nimm die Kippen. Fang an zu rauchen. In der Station, bitte. Entzündliche Dose. Hallo, Handsome. Sind deine Eltern hier irgendwo? Entzündliche Dose? Entzündliche Dose? Äh, wo ist die Musik hin? Okay, was für ein Schlüssel haben wir eigentlich von dem Typen bekommen? Ah, okay. Ist das Vater? 8, 2, 0, 9. 8, 2, 0, 9. Okay, haben wir hier. Ja, wir haben Vater getötet. Okay, Mann. Okay, Mann. Machen wir mal so Mann, wo bist du? Okay, ähm Sie war Zeuge, also wir mussten sie loswerden Warum guckt er sich einen kaputten Fernseher an? So, hier liegt auch Warum liegen hier so viele Brieftaschen? Und wie kann ich die jetzt umlegen? Ich brauche irgendwas Was ist das? Kanister mit rutschiger Flüssigkeit Kann ich auch nicht kombinieren? Gibt es hier irgendwo noch Donuts? Oder irgendwas? Dose mit brennbarer Flüssigkeit So, verbrennt Körper um dich herum Es bleibt kein Beweis zurück Wo ist die Dame hin? Ich muss in die, äh Särklingstation eigentlich Nee, ich muss zum Informationsschalter Achso, okay Informationsschalter hier Ja, ihn What in the hell? Enough of this! We're taking you to the authority! Ähm Detekt ist gelöst Aber wie tötet ich ihn jetzt? Aber wie tötet ich ihn jetzt? Okay, gibt es irgendwo Ein Fahrstuhl, der offen ist Er ist das Ziel Sandwiches Wie tötet ich ihn? Nee, jetzt ernsthaft Wir gehen langsam die Optionen aus Wie tötet ich ihn jetzt? So, ich hab Donuts Das ist irgendwie die einfachste Möglichkeit Das ist irgendwie ein Holzblock? So, der soll bitte herkommen? Nicht genug Kraft Mist Kann ich das Ding da treffen? Jetzt hab ich ein Problem Okay, es gibt da nur noch den einen Schlüssel Also den einen Durchgang So, ähm Gift und Donuts In die Hand nehmen Komm, isses Komm, isses Informationsschalter Ah, da Da war das, was ich gebraucht hab Okay, jetzt ist sie als nächstes dran Wie tötete ich sie jetzt? Wie tötete ich sie jetzt? Warte mal So, wir haben das aufgemacht Haben wir denn genug Energie? Ja Stürzen wie sie mal in den Tod Stürzen wie sie mal in den Tod Ich kann sie nicht in den Tod stürzen lassen Warum nicht? Ist doch offen Ist doch offen, warum kann ich... Entzündliche Dose Passive Fertigkeit, die deine Manaerholung verbessert Kontrolle Person unter Kontrolle benutzt Gegenstände Ich weiß nicht, ob das mir was bringt Mist So, jetzt nur auf einmal Wieso können wir die nicht da in den Tod stürzen? Jetzt hat... Ernsthaft? Jetzt hat es funktioniert? So, ähm Gegenstand ist zu weit weg Zu weit weg Wieso komme ich da jetzt nicht dran? Die Leiche Aber wo ist jetzt der Schlüssel? Wie ist sie denn da unten? Was, wenn ich jetzt da runter Springe? Game over Super Okay Also wahrscheinlich jetzt nochmal von vorn Was geht mit den Schlüssel? Er hat ja auch einen Schlüssel Huh? Outta my way, kid ich habe aber keine ahnung was sie machen soll wie töte ich sie ich habe keine ahnung was ist das für die blüte Okay, erst einmal die Dings hier. Und liebt ihr einen Kaffee? Kann ich den Kaffee... ...vergiften? Wo ist denn die Kaffeemaschine nochmal? Ändern und wieder stehlig? Ja, das ist ein Kaffee. Ja, das ist ein Kaffee. das kann nicht mehr genutzt werden ich brauche ich brauche noch so ein ding keine ahnung wie die anderen jetzt hier töten soll so hello handsome are your parents around here somewhere Oh! Don't buy this thing? verbrennt körper um dich herum es bleibt kein beweis zurück kann ich das ding nehmen das nehme ich mal sie ist befechtigt und so schwer um sie auf dem ein erwachsener könnte sie eventuell herausholen das war hier okay suchen wir ein soll die sich selber mit der axt umlegen ist das vielleicht ein bisschen zu leicht ich glaube das ist zu leicht dafür ich brauche eine dose oder das hier so so Ah! Okay, so sind wir ihn jetzt losgeworden. So, wo ist der Schlüssel? Warte mal, ist der Schlüssel? Da liegt er jetzt, okay. Warum auch immer der hier liegt. Ja, wir haben noch so'n Ding, okay. Auf zur Schwester. So, ich brauch' das Ding. So. Jetzt habe ich, was ich brauche. Ah, nee. Irgendwas muss ich jetzt... ...kreuzt entfernen. Was ist das? Jeffrey Dahmer? Warte mal, was? Jamie Gunn? Jeffrey Dahmer? Jason Forhees? Crystal Leg Mara? Und Freddy Krueger? Nee, hapa, hapa, machen wir nicht. Das sind hier Freddy Krueger, Jason Forhees, Jeffrey Dahmer und Jamie Gump. Das sind vier... ...vier... Ach, Freddy, halt die Klappe. So, alle Türen. Warum? Was ist denn mit der Tür? So, was ist jetzt das Zielruf... ...äh, an... ...für einen Fahrer? Wen soll ich denn anrufen? Finde eine Nummer, finde ein Telefon. Okay, ich brauche jetzt aber erst mal... ...einen Weg hier ran, ...dann ich ein Telefon bekomme. Um, um, Dr. Evans? Ich bin, ich bin, ich bin, ...sorgen Sie, ... ich bin, ich bin nicht sicher, ... ob Sie die richtige Person, ... zu fragen, aber... Es lohnt sich jemanden, ... zu fragen, ...tos es? Wie kann ich dir helfen? Okay, die Musik wird gerade sehr spannend. So, verschlossen. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Achso, was ist das? Getränkedose? Hab' ich... ...lutschiger Flüssigkeit? Bringt dat was? Gib'n da rein zu werfen in den Ofen? Oh, da gibt's Gift. Und... ...Explosiven Flüssigkeit. Hier nochmal. Und hier noch einmal. Ach, er ist doch... Hey! Sie sind beide mit Schlüssel. Geht' ich da bei dir selbst, Kind? Hm? 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 Ich bin voll zu saßen. So, Schlüssel? Hm? Hm? Jetzt brauchen wir noch jemanden mit dem Schlüssel. Jetzt werden wir dich wegziehen. Ähm... Mit dem Herz und das... Okay, ähm... Mit so irrefüllen... Jaaa... Endlich über kreative Morde. Ähm... Das war ein Triple Kill und... Sein Lördes ist zu sehen. Ich muss an den Schlüssel kommen. Sein Widerwürstchen ist da zu sehen. Okay, ähm... Jaaa... Jaaa... Das ging daneben. Jaaa... Nur Kreis wegen Blatt. Jaaa... Okay, jetzt wird's kreativ. Jetzt wird's kreativ. So, aber er hatte nichts. Jetzt kann ich Leute erschießen. So kann ich nicht. Ähm... Nagelpistolen-Munition. Nägel werden von einer Nagelpistolen-Munition. Ah, hier. So, Inventar ist voll. Okay, warte mal. Weg mit der Scheiße. Weg mit der Scheiße. Davon haben wir mehr als genug. So in die Hand. So. Okay, ähm... Ich hoffe, ich kann das Ding mitnehmen. Ich nehme an, dass ich das behalte. Nagelpistole. Also Munition für Nagelpistole. Und hier haben wir ein Telefon. Ähm... Telefon kann nötig werden. Ja, äh... Neu... Ach, verdammt. Ich hoffe, das ist eine richtige Nummer. So, Charles Wagners Hab und Gut. Kleidung und Geldbörse von Charles Wagner. Da ist auch die Telefonnummer von Matt Guffin. Sie lautet 5, 5, 5. 7, 9, 2, 1. Okay, ähm... 7, 9, 2, 1. 2, 2, 1. Okay, ähm... so nagelpistole so schlüssel immer mitnehmen haben wir alles schon offen ja also nichts mehr verschlossen okay hier sind die verwagten schlüssel aber keine losen enden hi igel alles klar ja bei mir ich bin charles finally gone powers gained and followers turned i was waiting for him at the morgue exit but a few more souls remained in the hospital that would surely give some extra credit for the kid the hospital administrator had to be stripped down to his last breath to fix the judgment of the underworld isaac gilmore was born in this hospital and the hospital kept his medical records while looking for the morgue lucia found out that these actually contain some very useful information it was the last stop before leaving the hospital behind du bist heute privat hier igel warst du sonst nicht privat hier ja aber ich bin einigermaßen wieder gesund ich habe nur halt irgendwie bisschen in der nase das problem das hin und wieder so sich da viel schleim sammelt sage jetzt mal so ein letzter besuch level 5 aber ich wollte jetzt eben eine kleine pinkel pause machen und das hier nochmal auffüllen also wäre ich gleich wieder da ich hoffe das ist nicht so schlimm so da bin ich wieder sorry hatte doch ein bisschen ein bisschen länger gebraucht so ja die musik einfach episch ich weiß ähm ich mache aber momentan einen eigenen soundtrack für äh für die pausen ich glaube ich muss ein kleines bisschen leiser machen der soundtrack ist doch sehr laut so ähm akten dahinten so ähm aber ja wir machen hier einige schöne wunderschöne morde okay hier sind sehr viele leute wir brauchen hier 1 2 3 4 5 schlüssel haben wir die nagelpistole noch wir haben die nagelpistole nicht mitgenommen warum wir sind in der notaufnahme ach hier ist ein ein schließfach wo wir ran müssen er hat einen schlüssel wer ist das wer ist das oh äh schließmechanismus der kompressorkammer hier können wir nicht rein okay wir können jemanden aber hier einsperren wer ist das wenn man einen schlüssel hat ist das wie ich so ist das ist das du 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 wirst du du wirst wirst du 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 wirst du wirst du ein Der will mich doch verarschen. Eine Pizza Hawaii auch noch, ja? Dankeschön. Ich habe gehört, in manchen Ländern ist das eine Straftat. So, äh... 5844 brauchen wir. Er hat die... 5844, okay. Rein mit dir! Geh rein! Ich fasse diesen Arzt gerade. Er ist wirklich ein Monster. Er geht da nicht rein. Sie hat keinen Schlüssel, okay. Ja? Okay, er ist da eingeschlossen. Wie betätige ich den Rollen? Da drinne. 6, 7, 2, 8 brauche ich den Fluss. Okay. Virginia Martinez. Virginia! Sons of the Forest! Die kennen wir doch. Der Trick ist, die Ananas vorher in der Panne anzubraten, damit die Flüssigkeit weg ist. Danach auf die Pizza und erst dann in den oben. Auf ohne die Vorhand zu platt. Die Pizza Hawaii macht? Ich muss ehrlich sagen, ich mag auch Pizza Hawaii. So, was haben wir hier? Hier haben wir jede Menge Konservendosen. Was haben wir da? Ein Flammbar. Nehme ich mal mit. So, wir brauchen noch jemanden mit einem Schlüssel. Der hat keinen Schlüssel. Der hat keinen Schlüssel. Schnell weg. 8, 5, 5, 9. Oh, ich hab den doch. Double kill oder wie jetzt? Hm, siehend wie ein Double kill. Alter, wieso ruckelt das so viel? Ups. Mein Schade. Könnte es ein Triple kill sein? Okay, ähm, drei Leute? Skandal und Beweis. Was für ein Skandal? Was für Beweis? Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Aber hier haben wir nochmal Gift. Ich sehe, wir haben einen Besucher hier. Hier, um deine Großmutter zu sehen. Sind Sie? Okay, ist leer. Haben wir noch Munition dafür? Ich sehe, wir haben einen Besucher hier. Hier, um deine Großmutter zu sehen. So, die müssen wir erschießen. So, die müssen wir erschießen. So, hier. Ähm. So, hier. Ähm. Können wir ihn kochen? Können wir ihn kochen? Das Druckmessgerät zu zerstören und das Rohr mit einer passenden Objekt zu blockieren? Das ist keine gute Idee. Habe ich irgendwas, um dagegen zu werfen? Ja. Mist. Okay, auf jeden Fall haben wir hier zumindest ein bisschen Content für die Mädels. So, wir sind da unten. Ziel ist aber da oben. Und es ist auch ganz schön unschlaf. Der hat keinen Schlüssel, der hat keinen Schlüssel. Fanzig. Kekst, du bringst mein Frühstück schon. Ja, soweit alles okay. Ich hätte gern was, was ich vergiften darf. Ich bin glücklich, dass es nicht ich war. Ich bin glücklich, dass es nicht ich war. Wir haben zwei Schlüssen. Wir haben zwei Schlüsse. 9,3, 0,4 und 8,5, 5, 9. Okay, hier können wir rein. Ja, die Musik, die ist wirklich... Sieht ein bisschen... Wirklich ein bisschen ins Lächerliche, aber ich feiere das auf. Er hat keinen Schlüssel. Okay, der hat nur das Verloren. Er hat einen Schlüssel. Ähm. So. Hier. So, alle Schlüsse eingesammelt. Leichenschauhaus. Ach, hier. So, wir befreien alle Leichen. Ihr seid alle frei. Ihr seid alle frei. What the fuck? Ich bin ehrlich es. Wo? Ich bin gefähr skulle. Und er ist mittlerweile kein Mariaarmee. Inussen zu. Wo? Ich bin thời gar Attorney. So. Oh, come享biniert! Untertitelung des ZDF, 2020